Oh, so viele feine Sachen, ne? Oh, schön. Ah, Moment, da kommt der Kalimann. Oh, also meine Finger hätte ich gerne noch. Gibt's gar nicht. Das hat denen gut geschmeckt. Guck mal, wie schön. Oh, die Augensalbe, das suchte Augensalbe, Augencreme. So super. Labello fein. Ja, oh, super. Die Seifen ist natürlich der absolute Hammer. Oh, so feine Süßigkeiten. Meine geliebten Rätselchen. Super, ich freue mich so. Danke, danke, danke. Ich liebe Rätsel, ne? Rätsel ist fein, ne? Wenn ihr mich denn mal lasst, ne? Ja, aber meistens schaffe ich mir doch mal so ein halbes Stündchen für mich, ne? Mit euch auf dem Schoß dann und mit viel Wow, 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 aber, ne?